Die Teufelsbrücke in der Taugel Wo der Taugelbach zwischen Fikauen und Kuchel in Salzach tritt, hat er eine tiefe, wildscheimende Klamm ausgewaschen. Diese wird von einer uralten Steinbrücke überspannt. Sie heißt im Volksmund die Römerbrücke. Lange Zeit schlug jeder Mensch, der darüber schritt, ein Kreuz und man sagte, dass der leibhaftige Satan bei der Errichtung dieses Bauwerkes seine Hand im Spiel gehabt hätte. Und das ging so. Vor langen Jahren lebte in der Taugel eine Müllerin. Welche er einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hatte. Dieser verpflichtete sich, über den Taugelbach eine Brücke zu bauen. Die Müllerin aber musste versprechen, dem Satan ihr Kind zu opfern, das sie unter dem Herzen trug, falls die Brücke vor der Geburt fertig sein sollte. Als nun das Kind das Licht der Welt erblickte, war der kühne Bau vollendet. Nur ein einziger Stein wäre noch einzufügen gewesen. Damit hatte der Teufel das Spiel verloren und musste mit langer Nase abziehen. Um aber doch nicht ganz ohne Lohn die Höllenfahrt anzutreten, rief er zornschnaubend. Da mir das Kind entgangen ist, so soll das Erste mir gehören, was über die Brücke geht. Das hörte die Müllerin, und schlau, die sie war, jagte sie ihren großen Hauskater darüber. Den packte der Teufel und fuhr mit ihm in jene Klamm, in deren Tiefe die Taugel tosend ihren Lauf aufnimmt. Der letzte Stein in der Brücke fehlt aber heute noch immer.